Meine Güte, ich komme mir schon vor, wieder wie 10 Jahre zurückversetzt. Da sind auch neue Geräte am Start und was passiert? Da werden wieder root-Passworte entsprechend da reingebastelt, ohne großartige Verschlüsselung. Und die sind in ein paar Sekunden gehackt. Wunderbar. Und Leute haben nichts Besseres zu tun, als das auch noch ins Internet zu stellen. Hervorragend. Ach, reden wir gleich drüber. Und denk dran, AnyDesk wurde auch gehackt. Falls du das nutzt, solltest du dann doch mal beobachten, ob bei dir irgendwie etwas passiert. Natürlich gibt es aber auch noch Smart Home News. Was tolles Neues von Shelly. Da hätte ich im Traum nicht dran gedacht, dass so ein Uraltgerät tatsächlich neue Funktionalität bekommt. Und natürlich noch vieles, vieles weitere. Also sei gespannt. Ich freue mich über eine Abo, Glocke nicht vergessen und am Ende des Videos ein Däumchen, wenn dir das natürlich gefallen hat. Ich würde sagen, wir legen los. Bis gleich. Da ist er endlich, der Luba 2 mit Allrad. Adaptiver Federung und Steigung bis zu 38 Grad. Nein, ich rede nicht von einem neuen E-Auto oder sowas. Wobei die Ähnlichkeit zu einem Flitzer, die sind schon wirklich frappierend, eben vom Äußeren. Nein, ich rede von einem Mähroboter. Tatsächlich, eben mit omnidirektionalen Rädern. Also du kannst dann die Richtung ändern, während er steht. Intelligente Grenzerkennung mit 3D Vision. Und eben eine Antenne mit GPS. Und dem Meer, der dann eben da agiert mit. Ultraschall-Sensoren. Und für deinen Valentinstag, da druckst du dann mit dem dann ganz einfach I love you in den Rasen. Ja, mit der Rasendruck-Technologie. Das ist doch der reine Wahnsinn, oder? Lass uns nochmal ganz kurz auf die Webseite schauen. Ja, das gute Stück kann eben bis zu 70 Millimeter. Vorne hat er ja auch so einen kleinen Fänger, sage ich mal. Mit dem kann er natürlich die Grashalme auch nach unten drücken. Cool, soweit. Ja, du kannst natürlich auch hier wirklich bis zu 80%. Das ist natürlich schon der Hammer. Muss man wirklich so sagen. Bis zu 5000 Quadratmeter und hier 3D Vision und so weiter und so fort. Das Ganze ohne Begrenzungsdraht natürlich, weil er ja mit GPS das Ganze auch entsprechend macht. Ja, und natürlich hier bis zu 30 Zonen, die er hat und, und, und. Also, das Ding ist natürlich Hammer. Natürlich ist der Preis auch Hammer. Das ist richtig. Es gibt natürlich auch die kleinere Variante. Dann wird es ein bisschen günstiger. Bist du hartgesottener Shelly-Fan und hast noch einen uralten Motion zu Hause? Ja, der wie bei mir natürlich im Moment noch keine Temperaturanzeige hat. Das lässt sich jetzt ändern. Auf Facebook hat, ja, Dimitar den Link gepostet, mit dem du ein OTA machen kannst. Das heißt ein Over-the-Air-Update. Und danach hast du eine Temperaturanzeige. Ich habe schon gelesen, der eine oder andere musste schon mal rebooten, dass sie danach auch wieder da ist. Scheint wohl noch nicht ganz so stabil zu sein. Aber hey, das ist doch Hammer. So ein uraltes Gerät bekommt was Neues. Das ist doch cool, oder? Und vor allen Dingen Neues. Ja, wenn du irgendwie die Pro-Variante liebst und in deinem Schaltschrank schon einiges verbaut hast, vermisst du vielleicht eine Sache, wenn du das Ganze über LAN entsprechend angeschlossen hast. Und, ja, was soll ich sagen? Das gibt es jetzt hier, wie du siehst. Man sieht noch nicht arg viel, aber das ist wohl in den Startlöchern, so dass du demnächst eben keine Probleme mehr hast. Naja, was soll ich sagen? Natürlich gibt es solche Geräte auch günstig zu schießen, irgendwo im Internet von anderen Herstellern. Das ist soweit richtig, das musst du selber wissen. Aber hey, im Moment wissen wir ja noch gar nicht mal, was dieses Teil so kosten wird. Schauen wir einfach mal. Das da, ja, das ist ein Gerät von Eve. Und Eve ist ja wirklich der Vorreiter gewesen, was Matter betrifft. Wo man entsprechende Thread-Geräte auch umstellen konnte. War eine coole Sache. Und jetzt geht es weiter, nämlich mit dem Eve Thermo. Der erhält jetzt eben Matter via Early Access. Eine schöne Sache. Und ich war schon lange nicht mehr auf der CSA-Seite. Und es gibt definitiv was Neues, nämlich was GUI betrifft. Und GUI, ja, die lokale Geschichte, die gibt es ja jetzt auch am Mittwoch entsprechend in Home Assistant. Da steht ja das Update auch an. Ja, wenn du mutig genug bist, dann mach dir auf jeden Fall das Update klar. Und ansonsten würde ich sagen, schau gerne bei mir vorbei. Ich mache es definitiv. Und wenn da irgendwas ganz Schlimmes passiert, halte ich dich hier und auch im Discord natürlich auf dem Laufenden. Also sehr gerne ein Abo hier lassen. Aber jetzt zurück auf die CSA-Seite. So, da sind wir und du siehst es. Wir haben hier schon ein Outdoor Floodlight. Und ja, das sieht mir irgendwie aus, als wenn das sogar neu sein könnte. Dann haben wir hier ein Harp. Und auch noch andere Dinge. Hier Stringlights. Eine Bridge. Ja, ja. Bridge und so. Da reden mein Kollege Daniel und ich ja viel jetzt im neuen Podcast, der jetzt auch dann rausgekommen ist, drüber. Auch wegen natürlich Shelly. Live-Ex auch ganz viel. Da geht es jetzt auch rund. Siehst du gleich die nächste Seite, nehme ich auch nochmal. Also, auch da passiert jetzt so langsam einiges. Tuja natürlich auch logisch. Aber du siehst es. Fies, Witches natürlich. Ein bisschen Door Lock. Was ich noch gar nicht ziehe, ist weiße Ware oder Staubsauger-Geschichten oder so. Hier geht es weiter. Hexagons von Goofy. Das heißt, ja. Da kannst du demnächst mit Matter schon mal das ein oder andere auch steuern, wenn du das möchtest. Da geht es dann auch rund. Ja, Magic Cube und 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 und. Also, du siehst es. Jede Menge. Switches, Bulbs, Boxen, Bridges und so weiter und so fort. Ja, der Rest, der kommt wohl erst noch. An vermerks ist die Light and Building. Ja, und da wäre ich auch gern dabei. Ich habe das Gefühl, ich werde es nicht schaffen. Da ist unter anderem ja auch hier El Taco vor Ort und wird eben die neue Produktlinie zeigen, was eben Matter betrifft. Aber auch EQ3 mit Homematic IP beispielsweise wird einen schönen Stand haben, wie du hier siehst. Und da wird es wohl auch jede Menge Neues geben. 200 Quadratmeter ist das Ding groß und ja, ich bin mal gespannt. Zahlreiche Innovationen soll es geben. Ja, was genau das ist, das kann man so noch nicht sagen. Da ist auf jeden Fall die Homematic IP Schnittstelle für Smart Meter mit dabei. Und ja, Energiemanagement. Aber was denn genau, das sehen wir dann demnächst. So, und dann kommen wir wohl zu ein paar Kurznews, würde ich sagen. Ja, die Wege von Smart Home, die sind unergründlich. Erst arbeiten Samsung mit Google ja wieder zusammen hier, was entsprechend, ja, Watches betrifft. Hand in Hand und auch hier entsprechend natürlich ihr neues Telefon mit KI-Features und so. Alles cool. So, und jetzt wird der Google Assistant von den eigenen Smart TVs von Älteren entfernt bei Samsung. Ja, eine Änderung der Richtlinie seitens Google heißt es da. Das heißt es irgendwie immer. Ganz komisch. Na ja. Und es ist auch so, dass am 1. März jetzt diese Funktion mit der Family Bell eingestellt wird. Da konntest du eben, ja, verschiedene Töne entsprechend dann abspielen. Auch mal wieder weg. Und ja, na ja, wenigstens gibt es ein Software-Update mit Wear OS 4 dann entsprechend für die Pixelwatch-Modelle, die das dann unterstützen. Ja, immerhin etwas, oder? Aber irgendwie, ja, Google könne so viel mehr machen, was den Smart Home-Markt betrifft. Ich werde das einfach nicht verstehen. Na, iConnect U, dann ist das Ganze jetzt in der Version 5.4, wie du hier siehst. Ja, da tut sich was, was Disco Lite betrifft, etc. Ich setze das eigentlich schon länger nicht mehr ein. Ja, kannst mal sehr gerne schreiben, wie dir das Ganze gefällt, wenn denn du das nutzt und ob das noch okay ist soweit. Dann mal wieder was von Twinkly. Ja, Matrix Curtain siehst du ja hier eigentlich eine witzige Geschichte. Das heißt, du kannst dann theoretisch auch ja dein Windows-Screen entsprechend da spiegeln und kannst diverse Dinge dahin projizieren. Ist wirklich eine schöne Sache. Und der eine oder andere kann das bestimmt sogar nutzen. Nein, jetzt sagen wieder alle, das ist so ein typisches Produkt für Influencer. Schön und gut. Nein, ich kaufe es mir jetzt nicht unbedingt. So, dann Nuki stellt Care & Protect jetzt wohl wirklich komplett ein. Naja, ist halt so. Und auf der CES 24, da gab es ja den Dreamy L10 Pro Ultra Heat. Und der ist, wie du hier siehst, auch schon beim Media Markt soweit verfügbar. Ja, das Heat ist da ja entsprechend neu. Okay, und jetzt lass uns noch mal zu Yale gehen. Die habe ich mir auf der IFA ja auch mal ein bisschen näher betrachtet gehabt. Ich habe noch so gar keine Berührungspunkte mit Yale tatsächlich. Ja, wenn du damit Berührungspunkte hast und sagst, das ist ein cooles System, schreib mal sehr, sehr gerne unten rein. Nein, ja, lass uns mal auf die Webseite gucken. So, und da sind wir auch. Das ist eins von mehreren Starter-Kits, die es gibt. Hier fünfteilig. Ja, und was haben wir hier? Wir haben hier eine Bridge, so wie es aussieht. Wir haben Tür-Fenster-Sensor, einen Motion-Sensor. Wir haben Keypad und, gute Frage, was bist du denn? Naja, du siehst wohl nach einer Fernbedienung aus. Okay, 349,99. Irgendwie, stolzer Preis auf jeden Fall. Vier Bereiche unabhängig voneinander steuern. Okay, Schutzbereich von einem Kilometer. Okay, das ist natürlich interessant. Das müsste ich mir wirklich mal näher betrachten. Was heißt das? Wenn du das weißt, schreib mal sehr gerne unten rein. Arbeit mit Philips Hue zusammen. Okay, und ich sehe schon wieder ein Abo-Service für eine Mobilfunkverbindung. Okay, für richtige Alarmanlagen ist das meistens auch tatsächlich so. Dass es dann eben ein Abo fällig ist, auch für Mobilfunk. Gut, da ich nicht weiß, was es jetzt kostet. Auch soweit schön. Ja, widerspricht allerdings mit professionell und dann wieder mit den Quasselbüchsen. Okay, na dann. So, soweit so nett. Ja, Smart Kameras, Smart Locks. Ja, die gibt es auch von Yale. Das stimmt soweit. Ja, ich weiß nicht so genau. Besonders günstig fand ich das Ganze jetzt nicht, ehrlich gesagt. Und wenn man IO-Programm Home Assistant hat. Ja, ich weiß, das ist keineswegs ein Profisystem. Aber ich sage einfach mal wirklich so, sind das ehrlich gesagt auch nicht. Denn auch das sieht wohl schwer nach Funk aus. Also, ein Alarmhub, Fenstertürkontakt, ein Keypad, ein Bewegungssensor. Immerhin 12 Meter. Das ist doch schon mal wirklich nicht verkehrt. Und ja, wir haben hier die Fernbedienung. Naja, soweit so schön. Und ja, für unterwegs. Okay. Ah, das Ding ist das, was eben diesen einen Kilometer hat. Auf 868 Megahertz Basis ist das Ganze. Okay. Das wird doch nicht sogar Sea Wave sein. Wer weiß das schon so genau. Naja. So, und damit du es wenigstens mal noch gehört hast. Die Firma Lockly bietet jetzt Visage an. Demnächst. Du siehst es ja. Das heißt, ja, da macht das Ding eben Gesichtserkennung. Ha, ich weiß nichts. Ich glaube, das wäre schon wieder nichts für mich. Da wäre ich mir echt zu unsicher, dass es doch irgendwie ausgetrickst werden könnte. 349 Dollar. Ja, inwieweit das dann natürlich zu uns kommt, kann ich jetzt noch nicht sagen. Mit Apples Home Key und Fingerprint Reader auf jeden Fall mit bei. Okay. Soweit so schön. Ja. Mehr gibt es da eigentlich gar nicht zu sagen. RFID Key Cards und so weiter. Also von dem her hat es natürlich viele, viele Dinge. Aber wie gesagt, wann das dann zu uns schwappt, das kann ich natürlich jetzt noch nicht sagen. Und First CWF Certificate als Fingerprint. Also auch schon mal cool. Ja, dann haben wir noch von Xiaomi den Electric Scooter 4. Allerdings jetzt Pro Plus. Das heißt, der ist jetzt auch entsprechend verbessert. Falls du da auf der Suche bist, die sind ja wirklich gar nicht so schlecht. So, und jetzt kommen wir, du hast dich bestimmt schon gewundert, ich habe noch keinen Rant abgelassen. Eben genau zu dir eine Sache. Ja, Wärmepumpen, ich weiß, hat nicht unbedingt in Anführungszeichen was jetzt mit Smart Home zu tun. Wobei es greift ja alles ineinander über. Auch Wärmepumpen demnächst, Wärmepumpen, Solar und natürlich hast du da auch diverse Dinge, mit denen du natürlich interagieren musst. Entsprechend natürlich hier mit deinen elektrischen Anlagen. Du musst wissen, was dein Verbrauch sagt und und und. Also das hat schon was mit Smart Home zu tun, in Anführungszeichen. Aber, ja, Alpha InnoTech und Novelan, die haben ein hartgottiertes Passwort drin gehabt. Das muss man sich mal vorstellen. Ich glaube, 3DS verschlüsselt war das in der Shadow Datei. Soll jetzt auch nichts zur Sache tun. Das ist auf jeden Fall schon so uralt, dass man das wirklich innerhalb von ein paar Sekunden entschlüsselt kriegt. Das ist wirklich gar kein Problem. Aber das ist jetzt nur so das halbschlimme, viel schlimmer und da sei jeder gewarnt nochmal draußen. Stellt keine Smart Home Dinge einfach so ins Netz. Anhand dieser Beispiele siehst du es wieder. Du kannst nie sicher sein, wie sicher diese Dinge sind. Ist okay, das hat sich jetzt interessant angehört. Ja, aber so sieht es eben aus. Bitte nicht einfach so ins Netz stellen. Das ist keine coole Idee. Leute kommen dran. Leute versuchen dann irgendwas. Können Brutforce machen. Können da andere Dinge machen. Und wenn da keine Maßnahmen drin sind. Bei den meisten Geräten gibt es keine Maßnahmen. Das ist ähnlich wie wenn du eben diverse Kameras einfach so ins Internet hängst. Ja, dann ist es auch vorprogrammiert, dass sie zack, zack gekapert wurden. Also immer eine schlechte Idee. Lass das bitte. Nimm Home System, nimm sonst irgendwas. Oder wenn du andere Systeme hast und da eben keine Cloud Möglichkeiten hast. Nimm ein VPN Anbieter wenigstens und lass das ansonsten bitte nicht ins Internet. Ja, das war mein Wort zum Sonntag diesbezüglich. Wenn du da Fragen hast und nicht doch mal ein Video nochmal machen sollst, dann schreib mal sehr gerne unten in die Kommentare. So, das soll es gewesen sein für heute. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Es gibt ja jetzt, wenn du es wirklich am Mittwoch schaust, das Home Assistant Update. Du kannst unseren Podcast schauen. Und ja, ich gehe mal von aus. Am Wochenende gibt es auch schon wieder ein Video von mir. Also, so weit, so gut. Oder lass sehr gerne ein Däumchen hier. Und bis demnächst. Ciao, ciao. Euer Jörg.